Und das nehme ich mit. Oh, das Ding geht nicht hoch. Wie dreckig. Das blöde Fass stellt sich da wieder hin. Ich glaube es nicht. Das ist explosiv. Das mache ich lieber nicht. Wie steht denn da hinten jetzt noch eine? Oh, Panze rum. Nicht gut. Nun pack das Ding aus. Wie lange er braucht um diesen scheiß Raketenwerfer aus der Tasche zu ziehen. Dann guck mal, ich zuletzt gespeichert habe. Jetzt werden wir hinter die Augen fliech offen. So, brechen wir jetzt einfach mal ganz gefreudig durch. Oh. Er ist nicht flöde, er läuft weg. Ah, komm hier durch. Okay, Sackgasse. Oh, ich habe hier eine Menge aufgescheucht. Oh. Scheiße. Ich laufe mal ein bisschen. Nein. Das ist echt hier Rambo angesagt. Was? Das ist rot in der Breine, ey. Komm ich da nicht hoch? Da will ich hin. Sehr gut. Okay. 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 So. Was passiert, wenn ich auf den Feuerlöscher schieße? Ich habe hier noch gar nichts. Ich dachte, der geht hoch. Ich glaube, die sind unter mir oder über mir. Kommt rein, Freunde. Ich habe hier ein bisschen was für euch in der Tasche. Da gibt es ganz viel von. Ja, rett mal genau darauf. Ha, Idioten. Ja. Ha, ha, ha. Ja. 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 Ja, ja. 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 wie sollen die alle nur diese blöde Maschinenpistole ich will die nicht aber ich muss, ich mach mal einfach ach du scheiße ist das hier übel hat aber viele Schüsse drin so, dann gib mir meinen Falldämpfer, Laservisier und Reflexvisier Muni brauche ich eine ganze Menge da ist noch eine sehr gut ist aber krass wie intelligent die in Deckung gehen oder sie sind einfach nur programmiert immer im Kreis zu laufen, ich weiß es nicht da ist er stirb Amerikaner, bin kein Armee die Grenadier hinlegen leg die doch hin du Knalle das Ding will ist es aber ganz schön präzise hier ist noch eine, sehr gut na gut, dann wenn die unbedingt möchten, dass ich da hinten aufs Dach gehe, dann gehe ich da hinten aufs Dach kein Problem und noch 10 Schuss für Mr. Sniper gewählt so wird das nicht besser Gibt es denn hier Schönes Gibt es denn hier Schönes? Okay Das nehme ich, ist voll, schade Ich mach euch alle kaputt Und dann seid ihr auch kaputt Wir lieben kleine Freunde Also die Schussregeln gefällt mir Von dem Dingens Scheiße Jetzt will ich mal was probieren Oh, ich muss dazu noch treffen Idiot Ich guck mir doch die Dose Maximale Stärke Ich hab zwar immer nicht drauf Ach ja, mit Stärke kann man ja weiter werfen Ich bin auch ein Genie Maximale Panzerung Okay Ich bin schlau Wird das ja schön gemütlich hier oben Boah, so tief kann ich nicht zielen Aber dahin kann ich schießen Okay, das lasse ich nicht bleiben Kommen die jetzt hier hoch Oh, das ist er Ah, okay Ich schieße auf wenig Ich bin nicht idiot Aus'n Sprung geholt Arschloch Sieht aus wie ein Boot Ich muss noch mal ein bisschen Scharfschutzisieren Scharfschutzisieren So So So, da war noch einer, ne? Dann sind unter mir noch ein paar Nein, die Muni ist alle So, ihr Arschmaden Was haben wir denn hier schönes? Ein Telefon Gut Na, wo ist der denn? Ist der hier draußen? Auf jeden Fall nehmen wir mal das mit Und das Sehr gut Ich hab' den dahinter zuerst weggeschossen Wie geil ist das denn? Kuckuck So, wir nehmen mal hier das gute C4 Wow Man Ich streue aber manchmal auch Ich könnte mal gucken, was er so sagt Wir haben ja gerade Zeit Alter, ich bin zu Außerdem kann ich ja mal ein bisschen den Level erkunden So nicht Dich krieg ich auch Worum du bist Und da So, ich hätt' gern ein Laservisier und Reflexvisier Dankeschön Ich geh' mal da hoch Und gucken, was er sagt Und ich sehe gerade, es ist wieder Zeit für ein Folgenende Na gut, bevor es hier weitergeht Danke fürs Zuschauen Und bis morgen Ich schau' mal da hoch Ich schau' mal da hoch Vielen Dank.